So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge MaxOutMonday. Eigentlich müsste es ja MaxOutTuesday heißen, weil es ist ja Dienstag. Gestern war aber so viel los, drei Infovideos raus zur ganzen Jahreszeit zum Dezember-Update, zum Event am Samstag bzw. zum Mega-Raid-Day. Wer da noch nicht geguckt hat, guckt mal rein, sonst heißt es wieder, ja, das wusste ich nicht. Oder wann ist denn das nächste spannende irgendwas? Ist auf jeden Fall interessant zu wissen, was in der neuen Jahreszeit von 1. Dezember bis 1. März abgeht. Und was generell im Dezember jetzt abgeht für Raids und andere Sachen. Plus natürlich, was uns Samstag erwartet. Ich freue mich auf Samstag. Warum? Das wisst ihr ja, wenn ihr das Video geguckt habt. Jetzt aber MaxOutMonday, am Tuesday. Ich habe wieder ein Pokémon, was ich maxen möchte als Titel-Pokémon. Plus, dann suchen wir wieder fünf Vorschläge aus der Community raus. Ich sehe, es gibt gerade mal 15 Kommentare unter dem letzten MaxOutMonday-Video. So wenig Kommentare gab es noch nie. Viele Leute haben gesagt, ja, das ist voll doof, wenn das immer Montag 15 Uhr rauskommt. Da bin ich noch nicht zu Hause. Und wenn ich dann 18 Uhr kommentiere, Ah, das sind dann immer schon 30, 40 Kommentare da. Da komme ich ja eh nicht mehr dran. Ich habe gesagt, egal. Es sind auch manchmal Kommentare doppelt. Kommentare, die gar nicht gehen. Kommentare, die schon gemacht sind. Also kommentiert trotzdem. Viele haben sich bestimmt entmutigen lassen, dass sie bei jeder Folge kommentieren, aber nie drankommen. Und das führt dazu, dass man jetzt wahrscheinlich zu wenig Vorschläge hat, denke ich mal. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ich habe mir die Vorschläge noch nicht angeguckt. Ich gebe erstmal ein, erstens 4 Sterne und, das ist nach WP sortiert, das sind die höchsten WP stärksten Pokémon, die ich habe und alle als 100%ige. Wenn ich also ein 100%iges habe und genügend XL Bonbons, werde ich maxen. Das sind die Voraussetzungen, die ihr bei euren Vorschlägen beachten könnt, sollt, müsst, wie auch immer. Und wie es dann umgesetzt wird. Ich habe mich diesmal für Tauros entschieden, denn wir haben beim letzten Mal ja auch Scaraborn gemaxed. Wir haben, ich weiß gar nicht, was wir noch gemaxed haben. Irgendwas haben wir gemaxed. Und jetzt haben wir auf jeden Fall Tauros. Bin die ganze Zeit mit Tauros jetzt gelaufen, damit endlich die restlichen XL voll sind, um auch Tauros jetzt zu maxen auf Level 50. Das wird ja auch gemacht. 2.962 WP. Level 50 Tag natürlich dran. Das ist wichtig. 100% Tag ist dran. Tauros, da können wir die Zahl wegmachen. So. Mit Best Buddy Badge am Fell kleben. 2.962. Aktuell laufe ich mit Porenta, damit ich dann mal alle Regionalen aus der Kando-Version, aus der Kando-Region, auch auf 50 habe. Das ist gerade im Prinzip mein Ziel. Das war mein Titel-Pokémon. Tauros. Jetzt gehen wir mal zu eure Vorschläge. 5 Vorschläge von euch kommen dran. Genaya sagt, meine Vorschläge diesmal. Schlaraffel, Kinose oder Flunkkiefer? Schauen wir mal rein. Wenn wir jetzt hier Flunkkiefer eingeben. Flunkkiefer, auf jeden Fall ein netter Kandidat, der auch nochmal eine Mega-Entwicklung kriegt. Müssen wir mal schauen, ob wir genügend XL haben. Wir haben 28 XL. Also das Hunderter ist da, aber wir haben keine XL. Das heißt, Flunkkiefer geht leider nicht. Äh, Kinoso hat sie gesagt. Kinoso haben wir hier dieses Offene auf Level 50. Das haben wir nicht auf 50. Aber weil wir schon ein Kinoso haben, würde ich es erst mal weglassen. Weil ein Kinoso ist gemaxed und Schlaraffel war noch übrig. Schauen wir mal hier mal rein. Schlaraffel auch auf 50. Wenn natürlich die Vorschläge zu wenig sind, kann man auch auf doppelte Maxes eingehen, habe ich ja gesagt. Niklas Mann. Welser. Guck mal mal rein auf Welser. Welser. Ist auch auf Level 50 schon gepusht mit 2346. Luca 3D Fische 21. Kryptomacho. Kann ich dir gleich sagen. Habe ich kein Hunderter, aber ich habe 2 oder 3 Achtneunziger Kryptomacho Mai gemaxed. 100% Maromai sind gemaxed. Könnt ihr hier einfach mal Maro eingeben. Haben mir eh nichts zum zeigen. Also, Maro ist gemaxed auf 50. Krypto 100% habe ich nicht, aber ich habe trotzdem 2 Krypto schon gemaxed. Meril, Frustetje oder Wuffels. Wuffels habe ich auch kein 100%iges. Ich habe keine Wuffels Rates gemacht. Habe trotzdem 4 Shinies davon, weil ich mir den kleinen immer geratet habe und habe mir die Shinies rüber getauscht. Und selbst wenn ich einen 100er hätte, hätte ich wahrscheinlich keine XL Bonbons. Meril. Wer Meril sagt, sagt bestimmt auch Azumaril. Und dann sehen wir, ist schon auf 50. Wird er also, weil man erstmal das Endprodukt pusht, auch nicht passen, außer bei Doppelten, dass man auch die Vorstufen pusht. Frustetje. Das sieht auf jeden Fall alles lustig aus. Gucken wir mal nach Frustetje. Frustetje haben wir hier. Ist schon auf 50. 2306. Das heißt, bis jetzt haben wir noch nichts. Balou sagt Porenda, Tauros, Volbit, Schalellos. Porenda laufe ich gerade. Tauros haben wir gemacht. Volbit und Schalellos jetzt. Volbit, Volbit, Volbit. Volbit geht nicht. Ist auch schon auf 50. Volbit geht auch nicht. Schalellos. Schalellos dürfte gehen. Schalellos habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Wir haben hier einen. Natürlich dann Gastrodon. Ah, Gastrodon ist nicht auf 50. Aber wir haben keine XL-Bombombs, um Gastrodon auf Level 50 zu bringen. Das tut mir leid. Also, das geht auch nicht. Timo. Solange Schlup gemäxt ist, ist alles cool. Auch wenn mir Schenaya zuvor kam. Bitua. Grüße gehen raus. Leider kein Vorschlag dabei. Doch, jetzt. Mein Vorschlag für diese Woche wäre Austos. Muss ich auch. Kann ich jetzt auch schon gleich sagen. Geht nicht. Muss ich euch enttäuschen. Wir brauchen Events, wo Austos spawnt. Wir haben statt Austos jetzt ein Paulos. Aber wir haben keine XL-Bombombs dafür. Wir brauchen jetzt im Winter vielleicht Winter-Event mit Austos. Austos mit Kostüm vielleicht sogar. Wer weiß das schon. Das wäre auf jeden Fall genial. Danach geht das vielleicht. So böse bin ich doch gar nicht. Würde mich auch freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Grüße Bitua. Mein Vorschlag wäre, Nocchan wäre sehr geil. Laurin Zobler. Gucken wir mal nach Nocchan. Nocchan. Haben wir hier. Nocchan ist schon auf 50. 2.636. So. User. Juck4Hfitim9. Labras. Ich hoffe, du warst ein wenig in Singapur. Äh. Leider nicht. Ich hatte zwar ein Ticket. Aber ich habe kein einziges Pokémon in Singapur gefangen. Weil ich nicht in Singapur war. Habe das Ticket gehabt und damit die Medaille bekommen. Aber habe nicht in Singapur gespielt. Habe auch nur 46 Labras XL-Bombombs. Das heißt auch hier. Leider kein Max-Out möglich. Benjamin Engel. Dann schlage ich nochmal das Inkarnationsform Demeteros vor zum Maxen. Das schwächere, welches Erdkräfte als Boden Ladertage hat. Geht leider auch nicht. Da ich nur dieses als 100%iges habe. Was auch sogar einmal gemaxed ist. Ich habe das schwächere Demeteros leider nicht als 100% da. Pink, Leo, Lei, Girafarig, Absol oder Miriador bitte. Absol. Absol. Habe ich gemaxed. Einmal normal. Und einmal kostümiert. Mit Sonnenbrille. Beides auf 50. Miriador. Habe ich kein 100er. Das gab es ja nur aus Eiern. Ich habe mit dem Hauptaccount auch kein einziges Ei gebrütet. Habe mir eins rüber tauschen lassen dann. Und ich habe kein 100er. Aber was ist übrig? Girafarig ist übrig. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich denke mal, da werden auch die Bonbons fehlen. Girafarig. Ist sogar gemaxed auf 50. Hey, richtig genial. Girafarig ist gemaxed. Also, geht auch nicht maxen. Ist schon gemaxed. Ab ins Tierheim. Meine Vorschläge sind Veggie-Mark, Sodamark und Grill-Mark. Veggie-Mark, Sodamark, Grill-Mark. Jetzt wird es auch wieder spektakulär. Veggie-Mark. Guckt man auf Veggie-Cheetah. Ist auf 50. Veggie-Mark. Dann Sodamark. Ist nicht auf 50. Und wir haben keine Bonbons. So. Grill. Cheetah. Ist auf 50. Hm. Wird vielleicht, wenn wir immer noch keine Vorschläge finden, doch die Vorstufen noch zum Maxen bringen. Dr. Ziox. An welchem Tag ist immer Z-Day? Hab erst wieder neu angefangen. Oder ist das jeden Monat random? Das ist jeden Monat random. Das heißt, wir sind einmal komplett durch und haben noch kein einziges Pokémon gemaxed. Was heißt, wir müssen die Vorschläge nochmal durchgehen. Flummenkiefer haben wir ja nur eins. Kinoso. Dann fangen wir an mit Schenaya. Kinoso. Wenn wir das eine Kinoso gemaxed haben, dann maxen wir jetzt einfach das andere Kinoso noch hinterher. So. Kommt auf 2315. Das ist der erste Vorschlag von euch. Bleiben noch vier Vorschläge übrig. Also schade, 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 dass da nicht mehr Leute mal kommentiert haben, irgendwas reingeschrieben haben, es wenigstens probiert haben. Heute wäre wahrscheinlich jeder drangekommen. Jetzt müssen wir doppelte maxen, was ich halt ziemlich schade finde. Aber was soll ich tun? 2315, 2315. Passt. Sind beide gemaxed. Gehen wir also weiter. Welser, Welser, Welser. Naja, komm. Gehen wir nochmal auf Niklas Mann mit seinem Welser. Und gucken mal nach Vorstufen jetzt. Welser ist gemaxed. Schmerbe ist nicht gemaxed. Also maxen wir noch Schmerbe. Uns fehlen noch fünf Bonbons. Wir müssen also welche umwandeln. Umwandeln. Zack. Power up. Wir haben jetzt auch Schmerbe gemaxed auf Level 50. Oh mein Gott. Irgendwann muss das ja so kommen, dass man anfängt, die normalen Stufen auch zu maxen. Schmerbe 952, Welser 2346. Ich versuche natürlich wieder, wenn Genaya also einen Vorschlag hatte, der gepasst hat, zum nächsten zu gehen. Auch wenn andere Vorschläge von ihr vielleicht auch gepasst hätten. So kommt man dazu, irgendwann alle Pokémon wirklich zu maxen. Egal ob Entwicklungsstufen oder normale. weiter Luca, Kryptomacho, Meryl Frustetje, Meryl Frustetje, Frustetje. Lass mich mal ganz kurz aufs Frustetje nochmal schauen. Frustetje. Wir haben also hier gemaxed für Nondor. Wir haben Frustetje. Aber wir können kein Schnäpp gemaxen. Aha. Dann wäre die Familie nämlich auch voll gewesen. Gucken wir mal kurz bei Meryl rein. Meryl, Meryl, Meryl. Meryl. So. Wir haben hier Azumarill auf 50. Zack. Und wir machen einen Meryl auch auf 50. Wie weit ist es gekommen? Das ist der dritte Vorschlag von euch. Zwei Vorschläge stehen noch aus. Meryl auch auf 50 gepusht. 521 WP. Ob das mal nützlich ist. Schnell hier, Balou. Also. Porenda, Tauros, Volbeat, Chalelos. Chalelos haben wir ja gesehen. Haben wir keine XL. Tauros hat keine weiteren Stufen. Volbeat war gemaxed. Ist auch nur ein Star. Timo. Hatte. Austaus. Fehlen XL. Nocchan. Haben auch XL gefehlt, glaube ich. Labras haben XL gefehlt. Demeteros ging nicht. Girafarig war schon. Absol hat keine Entwicklungen. Myriador ist eigentlich ein eigenes Pokémon. Außer man würde auf Baldorfisch gehen. Steht aber nicht da. Also. Lasse ich es mal aus. Veggie mag, Sodamark, Grill mag. Achso. Hier steht auch noch Weberack und Flurmel dabei. Die habe ich komplett ausgelassen. Moment. Da muss ich mal kurz auf Weberack schauen. Weberack wäre Ariados. und Flurmel wäre Krawumms. Krawumms ist auf 50. Krakilo ist noch nicht auf 50. Wir machen einfach, weil das wenigstens noch eine Entwicklung ist, die mehrere Stufen. Weil wir machen einfach einen Krawumms noch auf 50. So. Kriegt genau 1500 BP. Krawumms auf 50. Dann haben wir nämlich die Anfangsstufen immer noch frei. Bei Weberack. Und bei Flurmel. Sind immer noch die Anfangsstufen frei. Und hier haben wir die zweite Form gemäxt. Krakilo auf 1500. War jetzt der vierte Vorschlag, glaube ich. Also ein Vorschlag passt noch. Wir sind wieder oben angelangt. Gehen wieder ganz runter. Und darum gehen sie das dritte Mal durch. Schlaraffel war von Genaya noch genannt. Und Schlaraffel haben wir als Vorstufe natürlich Raffel. Aber zu wenig XL bei Raffel. Also geht es weiter mit immer noch Luca, der ja Merrill hatte. Und kommen jetzt zu Azuril. Und maxen als allerletzten Vorschlag. Ein Azuril auf Level 50 in 100% Baby-Pokemon. Ist das nicht brutal? Guckt euch das an. Das ist das erste Mal, dass eine komplette Familie gemäxt ist. Wir haben also jetzt Azumarill mit 1700. Wir haben Merrill mit 521. Und wir haben Azuril mit 411. Das allererste Mal, dass eine komplette Familie gemäxt ist. Ich kann gar nicht sagen, tut mir leid an die, die nicht drangekommen sind. Weil es war theoretisch jeder dran. Es war theoretisch jeder dran. Es war auf jeden Fall eine ganz besondere Folge. Und deswegen seht ihr, es ist wichtig, dass ihr Kommentare schreibt. Macht auch hier wieder Kommentare. Was sind eure Wunsch-Pokemon, die man mal maxen soll? Was wünscht ihr euch, dass ich maxen soll? Mit was kann man es noch probieren? Es wird immer schwieriger. Es wird immer brutaler. Ansonsten guckt halt, was gerade für ein Event ist. In der Woche, wo ich Vorschläge sammle, wenn ein Event ist, was spawnt im Event, dann müsst ihr selbst nicht überlegen, sondern nehmt einfach die Event-Spawns. Vielleicht ist da was dabei, bevor ihr gar keine macht. Sagt halt sowas. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. So.